hey leute was geht ab ich bin der warrior und zurück mit einem weiteren tutorial heute mit einem wohnmobil und wie ihr das nachbaut das zeige ich euch jetzt alles was es dazu braucht wie immer in unserer schönen trotter ja das gesehen ihr guckt noch mal hier okay gut so beginnen wir erst mal hier mit den reifen ja machen wir das mal hierhin mit den reifen so dann lassen wir dazwischen drei blöcke frei 1 2 3 und dann kommen hier zwei hin und hier auch 1 2 3 1 2 blöcke hier kommen wieder knöpfe dran so jetzt brauchen wir quads labs oder hier drei hinkommen hier eine dann wird das komplett gefüllt hier und bis nach ganz hinten und da kommen drei dran und sieht das ungefähr so aussieht könnte an die gar nicht falsch machen so das brauchen wir jetzt hier pink stain clay die teile ich noch mal hier und so dann beginnen wir machen wir einmal komplett ein rand rum mit pink clay außer hier hier wird frei ja genau so jetzt kommen hier drei schwarze glas blöcke hin hier kommt zwei noch mal zwei hier sind drei zwischen frei das wird mit quads blöcke gefüllt das wird mit quads gefüllt alles und hier hinten auch komplett alles mit quads gefüllt da war hier so einen schönen streifen durch das nächstes brauchen wir kurz ist der da kommt hier eine so dann die andere so und der andere so wenn das nicht so macht dann klappt das nicht also so dann brauchen wir was labs kommt hier eine da kommen hier zwei ganze blöcke hier ein ganzer blöcke da ein ganzer blöcke und hier hinten noch mal ganze blöcke und hier kommt eine treppe so und eine weitere treppe so und auf der anderen seite genau das gleiche einfach nochmal so genau so der rest für hier oben jetzt auch mit slabs drauf hier vorne kommt leiter dran und knöpfe das gleiche haben wir hinten auch zwei knöpfe und dann ein leiter dann gehen wir noch eisengitter und ein schild das schild kommt einfach nicht und dran und die eisengitter hier oben so wir brauchen jetzt noch spiegel aber hier und hier oben noch eine activator rate und stone pressure fades wo das hier so als zwei blöcke ja von ganz von drei blöcke dann hier und zwei blöcke dann rein und dann wenn trappe so ist dann macht das so dann dreht sie sich und dann könnt ihr sie jetzt zurückbauen gut jetzt fehlt eigentlich nur noch hier eben ein sitz und können wir hier noch so schnell reinbauen ein bett und hier noch ein schild drin einfach dass das schön aussieht können wir uns sogar drauf gehen dann können wir uns reinlegen uns dunkel ist und dann fehlt noch eine birkentür hier und das wäre es eigentlich schon gewesen aber ich habe hier noch ein paar andere items im inventar und zwar diese hier ähm genau und dann könnt ihr hier einfach noch zwei blöcke dran bauen hier so eine sauntore drauf bauen ich auch so birken genau machte einfach weg die kommt springen da da und hier jetzt ist das ganze hier mit strings gefüllt ist und jetzt machen wir einfach blau weiß und dann haben wir hier so ein schönes vordach einfach wo man sich dann hinsetzen kann und so kram und ja eins fehlt natürlich noch und zwar halten wir dann noch eine treppe über die könnte man dann hier machen und jetzt sind wir ein camper richtig ein spawn camper so aber nichts vergessen gut ja wenn es euch gefallen hat lasst mir auf jeden fall eine positive wertung da und bis zum nächsten mal ciao